Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir die AVM-FRITZ!Box 7510 aufschrauben und vor allen Dingen ihre WLAN-Antennen inspizieren. Kurz zu den Highlights der Hardware. Das verbaute DSL-Internet-Modem leistet offiziell bis zu 300 Megabit. Natürlich nur, sofern ein Internet-Provider diesen Speed auch wirklich anliefert. Das WLAN-Modul leistet maximal 600 Megabit brutto im 2,4 GHz Band. Ein WLAN-Modul mit 5 GHz wurde nicht verbaut. Der LAN-SR-Net-Port lässt maximal 1000 Megabit durch. Also keine High-End-FRITZ!Box? Kurzer Hinweis, bitte das Aufschrauben der FRITZ!Box nicht nachahmen. Die FRITZ!Box hat 5 Jahre Garantie. Mit dem Zerlegen des Gerätes könnte die Hersteller-Garantie erlöschen. Außerdem ist das Hantieren mit stromführenden Teilen lebensgefährlich. Und schließlich kann auch elektrische Aufladung an den Händen die Elektronik zerstören. Soviel vorab. An der Unterseite des Routers lösen wir vier Torx-Schrauben. Dazu benötigen wir einen Torx-Schraubendreher, also der mit den sechs Zacken, wie im Bild. Bei mir hat es mit der Torx-Größe T9 und T10 gut funktioniert. Im Gegensatz zu High-End-FRITZ!Boxen entfällt bei der kleinen 7510 das Abnehmen einer schweren Kühlplatte. So etwas hat sie gar nicht. Offenbar bringt die Beschränkung auf 2,4 GHz only unterm Strich auch thermische Vorteile. Wir heben die Platine vorsichtig aus den beiden Plastikschalen heraus. Das klappt sehr gut, weil wirklich alles auf dieser einen Platine sitzt und keine weiteren Teile im Gehäuse verteilt sind. Also auch keine Antennen. Denn die sitzen ebenfalls direkt auf der Platine. Mit einem Plastik-Spatel heben wir den silbernen Blechkäfig ab und sehen jetzt auch den WLAN-Prozessor und einen RAM-Baustein. Kurzer Blick auf die Rückseite. Das war der Überblick. Jetzt schauen wir die Hardware-Details an und starten mit dem WLAN. Die beiden WLAN-Antennen Blöcke sitzen links vorne in der FRITZ!Box. Diese beiden WLAN-Antennen für 2,4 GHz haben die gleiche Form wie die DECT-Haupt-Antenne für 1,9 GHz am anderen Ende der Platine. Die zwei Antennen-Kästchen sind maximal 2 cm lang und 1 cm tief. Die Antennen selber sind sogar noch kleiner. Also schön klein für die gebotene Leistung. Von hinten sieht man die WLAN-Antennen-Kästchen ebenfalls. Ich habe mal die Lötpunkte der Antennen-Füßchen mit den gelben Pfeilen markiert. Zurück zur Vorderseite. Falls wir externe Antennen anschließen wollten, müssten wir die zwei winzigen Murata-Buchsen verwenden. Damit könnten wir die ab Werk verbaute Funk-Ausbreitungs-Charakteristik verändern. Erstens verliert ihr dadurch eventuell die Werksgarantie seitens AVM. Zweitens ist es eine sehr diffizile Arbeit, weil die Buchsen extrem klein sind. Falls ihr es trotzdem versuchen wollt, könnt ihr mal checken, ob es bei der Firma Frixx Tender aus Pürbaum bei Nürnberg schon Umbausets für die neue Fritzbox 7510 gibt. Daneben gibt es auch die Firma Refbox in Much bei Köln. Diese bietet einen Umbauservice oder verkauft alternativ komplett umgebaute Fritzboxen und Fritzrepeater. Bei Refbox gibt es aber auch fertig umgebaute Telekom-WLAN-Router und fertig umgebaute Telekom-WLAN-Repeater. In welchen Situationen solche externen Antennen Vorteile bringen, habe ich noch nicht systematisch getestet. Neben dem WLAN-Funk hat die kleine Fritzbox 7510 auch eine Basis-Station für den DECT-Funk verbaut. Über DECT kann man bekanntlich schnurlos telefonieren und Smart-Home-Geräte über die Luft steuern. Die Antennen für den DECT-Funk sitzen rechts hinten und rechts vorne in der Fritzbox 7510. Etwa mittig zwischen den zwei DECT-Antennen sitzt die DECT-Elektronik. Leider sind bei DECT keine Buchsen erkennbar, die eine Montage von externen Antennen erlauben würden. DECT steht für Digital Enhanced Cordless Telephony, also digital verbesserte Schnurlos-Telefonie. Zusätzlich kann die Fritzbox-Hardware auch analoge Telefone, analoge Fax-Geräte und analoge Anruf-Beantworter bedienen. Dazu hat die Fritzbox 7510 rechts außen eine hellbeige TAE-Buchse für analoge Telefonie-Geräte mit dem alten TAE-Stecker. Und hinten rechts einen weiteren analogen Telefonie-Port in der Form einer schwarzen RJ11-Buchse. Beide Buchsen, TAE und RJ11, führen zu einer verbauten Telefonanlage für die IP-Telefonie. Für Ethernet LAN hat die 7510 genau eine gelbe Buchse. Und die sitzt hinten oben links, wenn man die Fritzbox von vorne betrachtet. Rechts hinten sitzt der graue DSL-Anschluß, für VDSL bis 300 Megabit. Links hinten sitzt die schwarze Strom-Eingangs-Buchse. Und gleich daneben, auf der Platine, zwei Kondensatoren. Zu guter Letzt, die 7510 hat drei Taster und fünf Status-LEDs, wie die meisten Fritzboxen, rechts vorne. Die drei Taster liegen unter den Funktionen WLAN, Phone Deckt und Connect WPS. Die fünf LEDs liegen unter den fünf Status-Anzeigen. Die LEDs und Taster liegen rechts vorne in der Fritzbox 7510. Die LED-Anzeigen lassen sich in der Router-Software abschalten. Das mag erwünscht sein, wenn die Fritzbox etwa im Schlafzimmer steht und das Licht der LEDs in der Nacht stören sollte. Per Mausklick lassen sich auch die drei Taster in der Router-Software sperren. Zum Beispiel, damit niemand aus Versehen oder mit Absicht das WLAN oder die Telefonie der Box anschalten oder abschalten kann. Wir kommen zur letzten Hardware-Schnittstelle, der USB 2.0-Buchse. Sie sitzt links außen an der Fritzbox. Ich selber brauche kein USB an einer Fritzbox, aber wer einen USB-Stick oder eine USB-Festplatte anschließt, kann die 7510 auch als kleines NAS-System verwenden. Außerdem kann man am USB-Port einen LTE-Stick anschließen und die 7510 dann auch über Mobilfunk mit Internet versorgen. Das war's zum Innenleben der AVM Fritzbox 7510. Falls etwas Brauchbares in diesem Video dabei war, freue ich mich über Daumen hoch oder Abo meines Kanals. Konstruktive Kommentare, Meinungen und Fragen bitte gerne direkt unter das Video. Ich reagiere so schnell es geht. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.